Ja hallo ein frohes neues Jahr. Ich habe diese Kartoffel vor Weihnachten, weil sie etwas verschrumpelt war, ins Wasser gelegt. Normalerweise macht man bei normalen Kartoffeln auch. Je mehr Wasser, dann entfalten sie sich wieder und habe dann leider sie vergessen. Und heute bin ich wiedergekommen und wie ihr seht, weiß nicht ob man es genau erkennt, ist diese hübsche Pflanze daraus entstanden. Die werde ich jetzt erstmal in einen Topf geben und mal gucken was rauskommt. Es gibt ja die Möglichkeit hier einen Ableger zu nehmen und den in den Topf zu pflanzen. Da soll eine hübsche Pflanze daraus werden, wo denn keine Süßkartoffeln dran wachsen. Ich werde es einfach mal probieren und euch dann weiter informieren.